Engelsgesicht Guck mal, die Leute sagen, du bist wieder frech Die Leute sagen wieder, du bist frech Die Leute sagen wieder, du bist frech Bruder, ich war gerade Schakalaka, wo ich dein Gott durchgenommen habe Bruder, ich war gerade draußen Die Leute sagen, du hast dein Gott gegeben Ohne Scheiß, im Busbahnhof Bei dir, oder? Na du, du, mit dem Albaner, wo du gleich live hast, der Albaner Hat dich angeblich durchgenommen, lass es sagen Die Leute, du hast Gott gegeben bei dem Albaner Ey Ich mach bei dir Gött geben Nein, du kannst mir nicht Gött geben, ich bin Alien, ich hab kein Ding, weißt du Ich piss und scheiße von meinem Mund aus Das geht nicht, Bro Guck mal, was? Was würdest du machen, wenn wir uns so ein bisschen treffen So ein bisschen Und dann, ich komm mit meinem Mund näher auf deinen Mund Was würdest du machen, sehr ehrlich? Dann würde ich meinen Schwanz auspacken Sanko, bitte, Lutsch Wenn du ein Mann bist, komm Okay, pass auf Du redest ja immer Wenn du ein Mann bist Ich wollte eigentlich gegen Yunus Amiri kämpfen Wenn du ein Mann bist, wir kämpfen Und bist du ein Mann? Ich hab schon mal gekämpft Bist du ein Mann? Wir kämpfen im Boxring MMA, alles was du Bist du ein Mann oder nicht? Junge, ja, mit dir mach ich 31, Alter Hör auf damit Bist du ein Mann oder nicht? Engel ist doch Kind Ich soll lange eine Mann Aber das Ding Nein, du bist halb Mann und halb behindert Vergiss das nicht Du bist halb Mensch und halb behindert Ich schwöre auf damit Ich schwöre auf damit Ich schwöre auf damit Wie lange, Bruder Wie lange warst du in der Sonderschule? Gar nicht Ich bin ein Star Was für ein Star bist du? Star der Vollidioten Star der Behinderung Ein Star der Behinderung Hat so viele Abonnenten? Fake, Amelaroi, fake Der sagt fake Der sagt fake Leute, der kennt mich nicht Der kennt mich nicht Der hat noch nie Schokolade gemacht Hat das meine Mädchen Sehr ehrlich Ja, deine Schwester, Bruder Ich hab deine Tante Ich hab keine Tante, Bruder Ich bin alleine Ich hab keine Tante Nein, Bro Nein, Bro Ich bin Hüllmensch Wir sind allein geboren Ich bin wie diejenige Ich wohne allein im Wald Ich hab keine Tante, Bro Nein, deine Tante Abonnenten? Millionen Ich seh nicht Hast du auch AMG? Anke Die sagt AMG, das war mein erstes Auto Die sagt AMG Die sagt AMG Jetzt ich hab drei Autos Und ich bin Single Und ich bin Single Ja Und könnt ihr euch vorstellen So Wie zu dritt Scheiß auf Nino Wie zu dritt Nino kann zugucken Wir können so Videos machen Oh, sag mal Abwarte mal Was mach ich denn? Was mach ich denn? Sag ganz normal Wir drei können Videos machen Und so Aggressivität Wir können Chakalaka Videos machen Und die sagt Ich bin Barellos Ex-Freundin Ja Dann nehm ich Barellos Ex-Freundin Und mach mit der Chakalaka Siehst du? Ich und Barellos beteiligen nimmer Ich hab meiner Ex-Freundin auch Barellos gegeben Wer war denn deine Ex-Freundin? Jamaik Jemand meint Du sollst deinen Sohn zeigen Hast du einen Sohn? Jamaik Jamaik Versteht ihr was ich meine? Ich tue so als ob das mein Typ ist Die fühlen sich wie Michael Jackson Versteht ihr? Wie alt bist du? Wie alt schätzt du mich? 19 13. Jahrhundert werde ich 19 Ja, richtig Mit Tüte über Kopf würde ich Wie bitte? Einer hat geschrieben Mit Tüte über Kopf Ich würde Keine Ahnung was du damit meinst Bist du Single? Ja Ich auch Und Wer hat gefragt? Wer hat gefragt? Wie wer hat gefragt? Ich höre provoziert Ich hab nicht gefragt, nein Ich bin sowieso sauer Aber warum bist du sauer? Egal Und Woher kommst du? Köln und du? Ich bin auch Kurden Köln Kurden Heim Kurdenland Wie bitte? Haben Kurden Land? Nein Aber uns gehört alles Wie ein Hund Lachstuch Warum haben Kurden kein Land? Du bist nicht witzig, Mann Ich frag dann nur noch mal Die sagt Du bist nicht witzig Ich hab dann nur mal Wie ein Mensch gefragt Warum haben Kurden Keine Land? Und ich hab ganz Nur beantwortet Was? Was ist Antwort? Uns gehört alle Die ganze Welt Vielleicht Vielleicht Legoland Vielleicht gehört Legoland 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 Oder Edeka Oder Edeka Gehört euch Kurden Häng ich Häng ich bei dir? Nein Nein Häng ich nicht Okay Kurden gehört Edeka Oder Oder Europaland Verstehst du? Europaland Oder Phantasialand So witzig Aber ich freu doch Ganz normal, Mann Ja, und Ich hab ganz normal Wie bitte? Findest du mich hübsch? Ob ich dich hübsch finde? Ja Boah Findest du dich hübsch? Ich mich? Ja Ja, warum? Ja, dann bist du schön Findest du mich hübsch? Ich persönlich nicht Aber wenn du dich schön Weiterschreiben Mich anschreiben Auf Instagram Hä? An sich bist du ja sicherlich Ein ganz netter Junge Ja, Abi Das Problem ist einfach nur Was, Abi? Das Problem ist einfach nur Du bist Manchmal im Kopf, ne? Aber Das hat wohl damit zu tun Weil du noch etwas jünger bist Mit Sicherheit Kann sein Genau Genau, genau Diese Zugriff hast du Ja Und? Und du hast letztes Mal Deinen Faden hast du verloren Und Abi, das war Weißt du Ich dachte, dass wir Meinst du Bei Instagram? Genau Du weißt ganz genau Was ich meine Wir müssen das jetzt nicht öffnen Das Thema Ja, Abi Ja, und du hast was gesagt Und Dann hab ich dich ja Angerufen, ne? Ja Ja, und ich hatte Angst Weißt du Nein, nein Du sollst ja Ich hab dich angerufen Und dann hab ich dir gesagt Ja Außer ich komm jetzt Dahin Hab ich dir doch Wir können mal treffen Und Miteinander reden Ja Dann hat sich das geklärt Du hast dich entschuldigt Ja Und hast ein Video gemacht Und hast es gepostet Ja Und die Frage ist jetzt Wieso willst du immer noch Mit mir live Du bist ein Arbel Was machst du jetzt gerade? Bisschen chillen Eine Mädchen anloggen Deine Name? Termin Perfekt So ist das Leben So ist das Leben Haben wir uns verstanden, Arbe? Kann sein Einmal so, Arbe So, so Okay Machen wir auch Ja Ja Sini Abi Canım benim Ja Baby Was das Güzel Ja Abi 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 Ha Wizien Osmani Tag Abi Warum Was denn Dürfen wir nicht Was trinken Gehen Was essen Gehen Ah Mit Mädchen Ich mach dir auch Chay Erst klar